Ich begrüße aus der Akademie ganz herzlich meinen Kollegen Ulf Krüger. Schön, dass Sie da sind und dass Sie uns ein bisschen was über die Akademie erzählen. Unsere Akademie liegt in Ahrweiler und ich würde den Kollegen jetzt bitten, Herr Krüger, wenn Sie mal einfach erzählen, was bietet die Akademie an? Was ist die Akademie eigentlich? Ja, also die Akademie eben in Ahrweiler im schönen Ahrtal ist die zentrale Bildungseinrichtung für Kräfte, für Führungskräfte im Bevölkerungsschutz, Akademie des Bundes. Wir haben eine Tradition, also die Vorläufermodelle, muss man schon sagen, gehen weit zurück bis in die 50er Jahre in der Form, wie wir sie jetzt haben, im Prinzip mit Mitstart 2004 BBK. Wir haben ungefähr bis zu 10.000 Teilnehmende pro Jahr, also sind auch schon eine große Bildungseinrichtung mit über 20 Ausbildungsräumen. Wir versuchen wirklich die gesamte Palette in dem gesamten integrierten Hilfeleistungssystem anzusprechen, soll heißen, wir fangen an über Kräfte auf kommunaler Ebene bis hin zu Bundesinstitutionen, Bundesbehörden. Und auch, wir richten auch den Blick auf alle Facetten, eben angefangen über Kräfte der Streitkräfte, Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, zivile Kräfte, also aus Verwaltungen bis hin natürlich auch zu den Kräften der Hilfsorganisationen und der Feuerwehren. Wir gehen da eben einen vernetzten Ansatz und versuchen, das, was heute schon mehrfach Thema war, also dieser Abkürzungsbimmel, diese Begriffe sozusagen zusammenzuführen, dass die Personen sich bei uns in Ahrweiler sammeln und auch untereinander austauschen und eben sich kennenlernen. Also wenn man zum Beispiel die neue Abkürzung, die A.A.O. nimmt, dann versteht der Polizist darunter eine allgemeine Aufbauorganisation und der Feuerwehrmann versteht da vielleicht darunter eine Alarm- und Ausrückerordnung. Und wir versuchen eben über dieses Zusammenbringen all dieser Personen, ja, das Bewusstsein füreinander zu schaffen. Vielen herzlichen Dank. Eben, jetzt auf die Aufgaben Ihres Referates kommen, nämlich die Stabsausbildung, wollen wir nochmal den Film, also wir haben einen ganz kleines Filmausschnitt, der eben im Grunde genommen auch über die Stabsausbildung geht. Und danach würden wir dann konkret zu Ihren Aufgaben kommen. Vielen, Herr Film ab. Wir unterstützen Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit Know-how und Material. Für Übungen und den Ernstfall. Und wir schulen Fachleute aus Verwaltungen, Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Unternehmen. Die Menschen, die in den entscheidenden Momenten das Richtige tun müssen. Nicht nur auf Orts-, Kreis- und Landesebene bereiten wir die Menschen auf Krisen und Katastrophen vor. Auch bundesweit. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick, aber im Grunde genommen ist da schon eine Aufgabe angerissen, nämlich die Ausbildung von Stäben. Kommen wir doch nochmal auf die Aufgaben Ihres Referates zurück. Und dann klären wir alle diese Begriffe. Genau, also in dem Referat, in dem ich tätig bin, kümmern wir uns eben um die Ausbildung von Stäben. Was heißt das? Das sind Gremien, die zusammenwirken, um größere Gefahrenlagen zielgerichtet abzuarbeiten. Also ein kleines Feuer kann an einer Einsatzstelle ohne einen solchen Stab abgearbeitet werden. Da brauche ich keine großen Führungsinstrumente für. Aber sobald die Lage größer wird, Stichwort Zivilverteidigungsfall, braucht man Stäbe. Und diese Stäbe bilden wir eben aus. Und da eben nicht nur die Stäbe, die einem vielleicht als erstes in den Kopf kommen, also Stäbe von Feuerwehren, Hilfsorganisationen, also von dem Blaulichtsektor, so möchte ich das mal ausdrücken, sondern eben auch Stäbe von Verwaltungen. Also jetzt gerade der Begriff des Krisenstabes, gerade in der Corona-Pandemie, ist, glaube ich, in aller Munde. Auch solche Stäbe bilden wir aus. Und, ich sprach gerade Polizei an, wir versuchen auch, all diese verschiedenen Elemente zusammenzubringen und auch gemeinsame Übungen zu machen, dass die eben die Prozesse der anderen, der Partner, der anderen Stäbe kennenlernen und wir eben dann vernünftig miteinander solche größeren Lagen abarbeiten können. Mir fällt jetzt ganz spontan eine Frage ein, wo Sie das auch mit der Polizei sagten und eben auch mit den unterschiedlichen Auffassungen der Begriffe. Es ist ja schon so, wenn ein Krisenstab zusammentrifft, jetzt sagen wir mal, in der Corona-Lage tritt in der Stadt Mühlheim ein Krisenstab zusammen, da müssen da ja auch Menschen rein, die im Grunde genommen diese psychosoziale Unterstützung machen, also Soziologen, Psychologen, die natürlich auch wieder eine ganz andere Art des Arbeitens haben als jetzt der Feuerwehrmann oder eben auch der Leiter der Verwaltung. Die müssen aber dann zur Bewältigung eine Sprache sprechen und die müssen alle zusammenarbeiten. Und dafür ist diese Stabsausbildung auch da? Ja, sie müssen nicht zwingend eine Sprache sprechen. Also wenn es um eine Lagevisualisierung in einem Feuerwehrstab geht, da werden ganz andere Elemente genutzt als in einem Verwaltungsstab. Ich kann eine Feuerwehrsprache mit den ganzen Abkürzungen kann ich nicht einfach so in eine Verwaltung übertragen. Ich muss aber das Verständnis für diese beiden Sprachen generieren. Ich muss die Zusammenarbeit eben optimieren über Verbindungspersonen oder eben einfach nur darüber, dass ich mal einen Einblick in die Stabsarbeit des anderen Gremiums habe. Psychologische Aspekte, ich hatte gerade gesagt, über 10.000 Teilnehmende. Wir haben auch eine große Bandbreite an verschiedenen Seminaren, über 100 verschiedene Seminarmodelle. Und da ist zum Beispiel auch ein Seminar, nennt sich Psychologie in der Stabsarbeit. Die Frau Richwin war heute Morgen da. Also wir blicken auch in Seminaren zum Beispiel auf diese Aspekte. Und wie konkret muss ich mir das vorstellen? Also es kommt ein Stab geschlossen zu Ihnen an die AKNZ. Wie läuft die Ausbildung dann ab? Also ich sprach davon, dass das Führungskräfte sind. Wir erwarten, und das ist eben auch so, dass die schon natürlich eine Vorerfahrung haben. Die werden an den Landeskatastrophenschutzschulen, werden sie vorgeschult. Und wir versuchen dann eben dieses ebenenübergreifende Krisenmanagement in den Fokus zu bringen. Also eben das Zusammenwirken und diese hochkomplexen Lagen darzustellen. Ein geschlossenes Gremium kommt. Wir machen dann, so versuchen wir es zumindest jedes Mal, eine Bedarfsanalyse. Entweder in Vorgesprächen oder auch zu Seminarbeginn. Was sind genau die Ziele, die Erwartungen, die so ein Stab mitbringt, um dann eben passgenau die Ausbildung oder die Übung auf dieses entsprechende Gremium anzupassen. Dass die fit werden für das, was sie nachher tun müssen. Nämlich eine Krise sachgerecht einfach abarbeiten. Ja, das ist spannend. Ich bin einfach schon zu lange in dem Amt, deswegen fallen mir so viele Dinge ein. Aber ich weiß, dass wir zum Beispiel als 2006 die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war, dass wir im Jahr davor die Stäbe der Städte, wo eben Spiele ausgetragen wurden, geschult haben. Die da natürlich eine andere Anforderung haben, als wenn jemand einen Stab zum Beispiel so eine Pandemielage oder eine andere Lage bewältigen muss. Also daraus, das ist eben das, was sie mit Bedarfsanalyse machen und dann wird die Ausbildung darauf auch zugeschnitten. Ob das nun der Deutschlandtag ist oder Tag der Deutschen Einheit ist, solche Feierlichkeiten, da hatten wir Kontakte zu den Städten, wo diese Veranstaltungen stattgefunden haben. Oder wir sind jetzt sogar aktuell auch in der Corona-Lage dabei, Stäbe, die ihre Strukturen schon haben, aber zu begleiten und sozusagen ein Live-Coaching zu machen. Die Prozesse, die die jetzt gerade haben, in Sitzungen, Stabssitzungen zu beobachten, um dann zu prüfen, gibt es Optimierungsbedarf. Kann ich an der einen oder anderen Stellschraube nochmal was drehen, um einfach die Arbeit effektiver zu machen. Genau. Und jetzt reden wir ja komplett von diesen Präsenzveranstaltungen, die die AKNZ ja auch, ich glaube, am 27. August wieder aufgenommen hat, nachdem sie eben auch durch die Corona-Virus-Lage bedingt nicht gearbeitet hat. Also nicht gearbeitet hat, ist falsch, sondern keine Präsenzseminare angeboten hat, sondern eher ins Digitale gegangen ist. Genau. Was mich darauf bringt, dass wir hier auch einen, wir hatten hier eine Frage auch für Sie. Ich glaube, da geht es darum, ob wir auch E-Learning-Angebote haben. Also wir sind seit mehreren Jahren schon für unsere Seminare, die wir regulär anbieten, haben wir eine E-Learning-Plattform im Einsatz und haben jetzt in der Corona-Lage auch schon damit angefangen, das noch weiterzuentwickeln, aber auch schon erste Seminare digital angeboten. Also zum Beispiel im Bereich Gesundheitsschutz, Krankenhaus-Alarm und Einsatzplanung, was Thema war, haben wir ein Angebot gehabt und versuchen dieses Angebot selbstverständlich noch, zumindest für unsere regulären Teilnehmer, so möchte ich es mal sagen, auszubauen. Aber sind natürlich auch auf dem Weg, Angebote auch in die breite Masse reinzubringen und frei verfügbar ins Netz zu stellen. Und wir sind da auf dem Weg, wie viele andere eben auch und sind da auch zuversichtlich, dass wir da bald gute Ergebnisse auch noch weiter in die Öffentlichkeit bringen können. Ja, ich hoffe, dass die Frage des Fragenden dann damit auch beantwortet ist. Kommen wir nochmal auf die Stabsausbildung zurück. Das heißt, Sie machen ja am Anfang eine Bedarfsanalyse, das heißt, Sie kommen ja mit einem Wunsch, das und das soll hinten rauskommen rein. Das heißt, die kriegen ja dann einen theoretischen Teil, aber die kriegen auch einen praktischen Teil. Das heißt, jede dieser Seminare enthält auch einen Übungsteil. Absolut. Zumindest bei der Stabsarbeit ist fast jedes Seminar mit einem Übungsanteil verbunden. Da aber auch wieder bedarfsabhängig ist es eine moderierte Planbesprechung, so nennen wir es, wo wir den Stab begleitet durch ein Szenario führen und oft unterbrechen, um eben direkt in der Lage, in der Handlung zu prüfen, muss ich da was verändern, damit die Teilnehmer einfach über das Erleben von solchen Aufgaben oder von der Bewältigung von Aufgaben direkt auch eine Erkenntnis gewinnen. Andere Möglichkeit ist eben, dass wir entweder vorgefertigte oder speziell angepasste Szenarien entwickeln und den Stab eben oder die Stäbe dann dieses Szenario einfach abarbeiten lassen mit einer Übungsleitung, die die Außenwelt zum Beispiel darstellt oder eben auch, wenn wir, wie gerade schon angedeutet, drei Stäbe, also Polizeistab, Feuerwehrstab und Verwaltungsstab, wenn alle drei zusammen agieren, dann müssen die natürlich untereinander sich auch abstimmen und sind sozusagen selber die Außenwelt. Also das ist eben der Ansatz, dass wir da möglichst sehr nah an der tatsächlichen Tätigkeit, an der Handlung agieren, um die Leute für das fit zu machen, wofür sie nachher auch tatsächlich da sind. Das ist ja auch eine sehr komplexe Ausbildung und Sie werden auch viel Zeit pro Stab anbringen. Wie viele Seminare können Sie überhaupt übers Jahr anbieten? Heute fiel, glaube ich, schon mal das Wort, das hängt von den Ressourcen ab. Genau, also personelle und finanzielle Ressourcen, das ist auch, begleitet uns auch die ganze Zeit. Und ein wesentlicher limitierender Faktor sind auch bei uns in Ahrweiler dann die Betten. Wir haben eine Bettenkapazität von ungefähr 140 Betten in unseren Unterkunftsgebäuden und wenn die durch die zahlreichen Seminare, die wir in Haus haben, belegt sind, dann können wir natürlich so viele Dozenten haben, wie wir wollen. Vor Ort können wir nichts machen. Darum gehen wir auch immer mehr auch nach draußen und schulen dort, wo die Arbeit nachher auch wirklich stattfinden soll, also in den Stabsräumlichkeiten vor Ort. Und wir versuchen zum Beispiel für die Stabsarbeit sind wir bei zwei bis drei Seminaren pro Woche. Das ist auch schon eine große Herausforderung und ich hoffe, jeder, der uns zugehört hat, hat auch mitgekriegt, dass er die Betten in den Unterkunftshäusern meint. Also weder die Stäbe legen sich in die Betten noch unsere Dozenten, sondern wenn die eben über Tage geschult werden, das sind ja keine Eintagesveranstaltungen, sondern Wochen, dann brauchen die natürlich auch vor Ort Unterkunft und Verpflegung und auch das bietet unsere Akademie eben dann, also als Gesamtpaket an. Genau. Und ja, wie kommen die Leute zu Ihnen? Das heißt, Sie sprechen Sie an, ob Kapazitäten frei sind. Dann wird eine entsendende Behörde, muss es geben und dann kann das bei Ihnen laufen. Wir haben sowohl online als auch in der Printversion ein Jahresprogramm, wo unsere Seminarangebote, die an die 100 Seminare ausgeschrieben sind und für die Stäbe, wie gesagt, sind es geschlossene Gremien, da tritt dann die entsprechende Behörde oder vielleicht sogar auch ein Betreiber kritischer Infrastruktur an uns heran und wir gehen dann in die Abstimmung, gehen in die Prüfung, was ist genau gewünscht, welche Seminarform ist erforderlich, wo haben wir eben dann die zeitlichen Ressourcen und dann gehen wir eben in die Planung rein und starten dann mit der Ausbildung. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war ein toller Einblick und ich glaube, Sie können auch davon profitieren, was uns der Kollege Ulf Krüger hier alles erzählt hat. Und natürlich können Sie sich auch auf der Seite der Akademie noch ein bisschen weiter informieren. Sie können auch nach wie vor Fragen stellen, die wir auch weiterleiten und beantworten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie auch aus Ahrweiler zu uns gekommen sind.